Der Bürger- und Schulgarten im Siegfriedviertel der Stadt Braunschweig wurde in diesem Jahr 100 Jahre alt. Bekannt ist der Garten natürlich vor allem als blühende grüne Lunge der Stadt mit einer Vielfalt an Pflanzen, an Bäumen, Sträuchern, Blumen, Blüten und dem wunderbaren Dove See. Der ist wie gesagt liegt mittendrin und ist eigentlich so das Highlight. Dahin zieht es natürlich alle. Hier ist noch mal diese Dove See-Idylle mit einem kleinen Entenhaus. Ja und wie gesagt es gibt da nicht nur Enten. Die Attraktion dieses Jahres sind die Nutrias. Erst waren es nur einer und dann kamen immer mehr. Mittlerweile ist es zwar keine Plage aber eine große große Nutria-Familie. Die vertragen sich gut mit dem Gefieder am und auf dem See. Hier sehen wir rechts eine Gans. Links ist ein Teichhuhn oder auch richtige Teichralle. Tja, die Ente guckt auch schon ganz neugierig was die kleinen Racker da machen. Und diese Ente hier, die scheint sich doch sehr zu wundern über die neuen Mitbewohner. Sie plappert ein bisschen grießcremig vor sich hin. Naja aber dann letztlich ist das schmackhafte Gras ihr dann doch lieber. Die hier, die sind ganz aufgeregt. Und die Teichralle, die nimmt das alles sehr sehr gelassen. Und da sind sie, die Nutrias, die neuen tierischen Stars des Schulgartens. Ja hier beim gemeinsamen Mittagessen auf der großen Wiese. Ja und ein Nutria, der kam gestern sogar zu mir und wollte sich mit mir unterhalten. Wahrscheinlich wollte er nur irgendwas zu futtern. Meistens sind die Nutrias sehr sehr scheu sind Wildtiere. Aber der hier, der mochte mich anscheinend. Ich habe einen neuen Freund gewonnen.